Der Gewittersturm-Druide war bereits in der letzten Season ein sehr guter Level-Starter. Dieser ist aber mit diesem Patch noch stärker geworden. Dazu kommen wir gleich noch, wieso überhaupt. Was macht den Gewittersturm-Druiden beim Leveln denn überhaupt aus? Dank Gewittersturm habt ihr einen sehr großen Radius in dem Monster Schaden kriegen. Je mehr Mobs ihr habt, desto besser ist Gewittersturm. Deswegen sind hier die Domain Tunnels der perfekte Ort für die Gewittersturme. Ebenso hat der Gewittersturm viele passive Skills, die teilweise bzw. sogar noch mal einen richtig krassen Buff bekommen haben. Aber wie generieren wir jetzt überhaupt genügend Geistkraft für Gewittersturm, da wir am Anfang noch keinerlei Paragonpunkte haben, die das üblicherweise für uns übernehmen? Hier kommt einerseits die Glyphe von Gewittersturm ins Spiel, der eine Chance hat, alle Gegner zu routen und dank dem Aspekt des Schattens stelle ich hier immer zusätzlich pro geroutetem Gegner Geistkraft wieder her. Diesen Aspekt erhaltet ihr im Codex. Ich werde später bei den Aspekten genau erklären, woher ihr die Aspekte bekommt. Unsere weitere Geistkraft-Ressourcen sind hierbei Trampeln, die uns bei jedem benutzen, ganze 40 Geistkraft wieder herstellen und Hurricane gepaart mit der passiven ultimativen Fertigkeit Perfekter Sturm, was die ganzen Ressourcen genauso ziemlich abrundet. Zusätzlich habt ihr noch die mit Season 2 eingeführten Vampirischen Mächte. Und diese werden eine Hauptquelle sein, wieso Gewittersturm diese Season meiner Meinung nach zum Level ein absurder ST-Bild für den Druide ist. Hier kommt die Vampirische Macht Blutbahn ins Spiel. Weil ihr eine Fertigkeit kanalisiert, bildet sich eine Blutpfütze unter euch und ihr haltet 40% Erdachshan und 30% Schadensrevision. Und das ist ziemlich viel. Dies hat zwar eine Abklingzeit von 8 Sekunden, da wir aber oft sehr lange stehen und kanalisieren und somit alle Mobs im Radius sind, sollte die Downtime relativ gering sein. Welche Vampirischen Mächte ihr hier nehmen sollt, verrate ich euch nach dem Skillbaum. Jetzt wo wir wissen, wie der Build funktioniert, zeige ich euch mal Step by Step, wie ihr diesen levelt. Beim Talentbaum skillen wir jetzt erst den Sturmschlag, dann einen Punkt mit dem verbesserten Sturmschlag. Jetzt haben wir Gewittersturm, da packen wir einen Punkt rein. Dann den verbesserten Gewittersturm und den urthermigen Gewittersturm für die Roots. Und als nächstes Gewittersturm maxen, da haben wir schon mal einen ordentlichen Damage Boost. Und dann noch den letzten Punkt in den grimmigen Sturmschlag rein. Somit haben wir eine Quelle von Verwundbarkeit. Jetzt kommt als nächstes irgendeines Ballwerk, das wird unser Hauptdefensiv. Aspekt sein, verbessertes irgendeines Ballwerk für Unaufhaltsam. Und hier könnt ihr noch das bewahren der irgendeines Ballwerk skillen, somit habt ihr noch eine Quelle von Stehlung. So ein Punkt in Kraft der Ahnen für 5% Resis, die ja gebufft wurden mit dem Patch. Und das brauchen wir für später noch. Jetzt ein Punkt in die Giftranke, ein Punkt in die verbesserte Giftranke und ein Punkt in die brutale Giftranke. Damit wir 20% mehr Crit-Chance begegnen haben. Jetzt haben wir hier einen Punkt in Niedertrampeln rein. Dann einen Punkt ins verbesserte Niedertrampeln. Und jetzt noch der Punkt ist primitive Niedertrampeln. So haben wir einen ziemlich krassen Movement, Speedboost und außerdem sehr viel Geisteskraft durch Niedertrampeln. Jetzt kommt der eine Punkt in den Elementen ausgesetzt. So haben wir eine weitere Quelle von Verwundbarkeit durch mit unserem Gewittersturm. Ein Punkt in endloser Sturm. Hier kommen wir später nochmal zurück. Ein Punkt in schlechtes Ohm. So wird der Schaden nochmal erhöht mit unserem Gewittersturm. Und noch einen Punkt in Elektroschock. Hier machen wir nochmal mehr Schaden mit unserem Gewittersturm durch die jeweiligen Root-Effekte und so weiter. Jetzt kommt ein Punkt in den Kataklysmus rein. Dann noch ein Punkt in den obersten Kataklysmus. Die zweite Glyphe ist sehr schwach. Deswegen lassen wir sie aus und brauchen sie nicht. So, jetzt haben wir die restlichen Punkte einfach in unsere passiven Fertigkeiten rein. Drei Punkte in den Elementen ausgesetzt. Dann drei Punkte in schlechte Ohmen. Und drei Punkte in den Elektroschock. Und jetzt brauchen wir noch einen Skillpunkt für den perfekten Sturm. Da haben wir noch einen Punkt in den endlosen Sturm rein. Und jetzt haben wir das auch schon freigeschalten. Jetzt switchen wir Giftkriecher für Hurricane. Damit skillen wir einen Punkt in Hurricane. Und dann hier einen Punkt wieder raus. Dann den verbesserten Hurricane. Und dann noch den natürlichen Hurricane. So haben wir nochmal eine weitere Quelle für Verwundbarkeit. Könnt ihr auch natürlich Primitiv Hurricane nehmen, wenn ihr schon genügend Verwundbarkeit habt. So, um euren Giftkriecher hier abskillen zu können, könnt ihr euch überlegen, entweder erst die Punkte in Raubtier in Sink rein zu hauen oder ins Herz der Wildnis. Oder später noch hier für Wachsamkeit. Ich mache es jetzt erstmal für Wachsamkeit. Wenn ihr merkt, okay, ich habe genügend Defensive, ich brauche mehr Offensive. Hau die Punkte in Raubtier in Sink rein. Sehr nice, alle Gegner unserer Range haben 6% Crit auf Stufe 3. Macht es einfach erstmal in die Wachsamkeit. Drei Punkte. So, jetzt können wir den Giftkriecher hier raus skillen, denn da haben wir leider keinen Slot mehr dafür. Jetzt hauen wir als nächstes die Naturmagiefertigkeiten passiven rein, damit unser Gewittersturm nochmal gebußt wird. Also einen Punkt erstmal trotz drei Punkten Naturkatastrophe. So kriegen wir 12% mehr Schaden gegen Verwundbarkeitsgegner bei Erdfertigkeiten. Und 12% mehr Schaden gegen Gegner, die geroutet sind mit Sturmfertigkeiten, was quasi bei uns immer gegeben ist. Dann noch drei Punkte in Resonanz. Durch das irgende Ballwerk haben wir immer öfter die Wahrscheinlichkeit, dass wir hier diesen Boost getribbelt haben. Zuletzt die drei Punkte noch in Trotz insgesamt rein. Und jetzt haben wir noch zwölf Punkte zur Verfügung. Wie wollen wir die jetzt noch spenden? Da könnt ihr euch tatsächlich ein bisschen selber überlegen, wie ihr es macht. Ich gebe euch einfach einen kleinen Leitfaden mit. Ich habe noch die restlichen zwei Punkte in Kraft angehauen, einfach wegen den Resis, die jetzt umgeinert worden sind. Dann noch die drei Punkte Raubtänzding. Das könnt ihr natürlich, wie gesagt, ein bisschen vorziehen, wenn ihr merkt, hey, mir fehlt noch ein bisschen Offensive. Und dann noch einen Punkt in Herz der Wildnis. Drei Punkte in die wilde Impulse für mehr Schaden. Ihr braucht zwar mehr Geisteskraft, aber das sollte an sich passen. Als letztes könnt ihr dann noch die drei Punkte in Kreis des Lebens reinhauen. So habt ihr nochmal ein bisschen Lifeboost, wenn ihr euren Gewittersturm gehst. Ich werde das Ganze auch noch in der Beschreibung als Charplaner verlinken mit dem Step-by-Step-Guard auch. So, bei den Geistersägen schaltet ihr, wenn ihr diese freigeschaltet habt, als erstes den Ruhenführer frei. Den skillet ihr dann auch, solange ihr noch den Giftgriecher habt. Dann schaltet ihr für 25 Punkte die Sensen-Clown frei. Dann spart ihr 100 Punkte und schaltet dann die Schlange frei. Dann nehmt ihr die Überladung. Dann schaltet ihr 75 Punkte frei. Nehmt Arquon. Und dann könnt ihr den Rest des Baumes freischalten. Dann nehmt ihr hier den Ruh vor der Sturm, sobald ihr einen Geisterbund habt. Und sobald ihr euren Giftgriecher rausgeskillt habt, nehmt noch Verhängnis, damit ihr noch 25% mehr Uptime von eurem Kataklysmus habt. Denn das ist sehr nice gepaart mit den Vampirischen Mächten. So, kommen wir noch zu den Vampirischen Mächten. Da wir hier von der Region 1 bis 50 reden, stehen uns insgesamt 15 Pakte zur Verfügung. Wie habe ich diese jetzt aufgeteilt? Ich habe mich für folgende Vampirische Mächte entschieden. Einmal in Blutbahnen, wie vorhin schon besprochen, macht diese Vampirische Macht unseren Gewittersturm noch viel stärker und wir halten mehr aus. Vorahnung. Da Kataklysmus auch ein großer Schadensgeber ist und dieser viel AE hat, haben wir dank Vorahnung noch mehr Uptime. Daher die Abklingzeit um 20% reduziert wird und der Schaden nochmal erhöht wird. Als nächstes kommt noch Herrschaft rein. Hier habt ihr 24% erhöhten Schaden gegen Gegner, die bewegungsunfähig sind. Was mit Gewittersturm sehr oft gegeben ist. Außerdem tötet es alle Nicht-Elite, verwundene Gegner sofort. Blutrote Schützungen. Da wir hier viele Gegner in den Domhenentunnel töten, haben wir einen ordentlichen defensiven Boost. Die letzte Vampirmacht könnt ihr dann frei auswählen. Ich habe mich hier für Schrecken entschieden. Somit erhalten wir noch einen kleinen defensiven Boost. Wenn ihr aber da schon genügend habt, könnt ihr auch noch einen offensiven Vampirischen Macht nehmen. Mit dieser Kombi hätten wir insgesamt 13 Pakte und wären noch im grünen Bereich. Wenn ihr diese Vampirischen Mächte noch nicht habt, müsst ihr wahrscheinlich die Blutante Farben. Da erhaltet ihr ja viele Vampirische Mächte. Ich werde hier auch noch zusätzlich ein Video raushauen, sobald das Ganze live ist und ich es rausgefunden habe, wie die es am besten Farben. Zum Schluss noch zu dem Gear bzw. eher zu den Aspekten. Ich gebe euch hier den Tipp, euch nicht auf das Gear zu beschränken. Natürlich, wenn ihr ein sehr geiles Aspekt gefunden habt, benutzt das. Ich würde euch empfehlen, haut eure Aspekte in den Amulett und in die zwei Ringslots rein. Denn da bekommt ihr am wenigsten Boost mit der Rüstung oder sowas. Bei den restlichen Slots könnt ihr natürlich was rein sloten, wenn ihr was findet und wenn ihr genügend Mats frei habt. Welche Aspekte haben wir jetzt überhaupt? Im Amulett haben wir das überladene Aspekt. Hier haben wir durch den Glückstreffer eine Chance, Blitzschaden im AE-Bereich zu machen. Wenn wir natürlich Blitzschaden machen, was hier immer gegeben ist. Als nächstes das Aspekt des Schattens. Hier stellen wir 1-4 Primärressourcen her, wenn wir die Gegner routen, was ja mit Gewittersturmen fast immer gegeben ist. Und noch das Aspekt der inneren Ruhe. Hier verursachen wir mehr Schaden, je länger wir stillstehen. So, wo bekommt ihr diese Aspekte jetzt überhaupt? So, das Aspekt der inneren Ruhe gibt es in der Wildnis von Rathwind Dungeon in Scorsclan. Das überladene Aspekt findet ihr in der Matrosenzuflucht in Scorsclan. Und das Aspekt des Schattens findet ihr im Niedergang des Champions in der Trockensteppe. Lasst das Paragon Board hier aus, da es sich um ein Level-Bild handelt und mit Wellenschiffe 3 viel bessere Builds existieren, wie zum Beispiel das Creeper Slide-Bild, den ich letzte Season gebaut habe. Den könnt ihr auch gerne noch abchecken. Sollt ihr dennoch mit dem Build weiterspielen, nehmt als erstes das Paragon Board vom Blitz getroffen. Gilt hier das meiste mit und den legendären Knoten und schaut dann, dass ihr so schnell wie möglich zum Paragon Board der Führung der Arnen gelangt. Gilt dort die Knoten, die euch Geistkraft nach getötetem Gegner geben mit und den legendären Knoten Führung der Arnen. So, ich hoffe, ich konnte euch heute einen sehr, sehr coolen Level-Bild zeigen, den ich sehr wahrscheinlich auch selber nehmen werde. Besonders mit den Vampirischen Mächten wird dieser Build megamäßig abgehen und ihr werdet hier richtig viel Spaß haben. Schreibt gerne auch mal in die Kommentare, was ihr so spielt und ob ihr vielleicht auch diesen Build wie ich spielen werdet. Lasst also mal einen Daumen nach oben da und ein Abo würde mich riesig freuen mit dem Support geben. Und schaut am Dienstag um 23 Uhr auf Twitch vorbei. Da werde ich dann die Season starten und die folgenden Tage immer wieder streamen. Bis zum nächsten Video. Tschüss.